Ja, hallo! Heute wollte ich euch einmal ganz kurz die Plattform BitRefill zeigen und wie ihr mit euren Bitcoins bzw. mit euren Lightning Bitcoins ganz einfach auf diese Plattform einkaufen könnt. Dazu benutzen wir das Lightning Wallet, Wallet of Satoshi. Das ist ein Custodial Wallet, das heißt ein treuhänderisches. Die Coins liegen bei Wallet of Satoshi, ist eine Firma, die die für euch verwalten, die Zahlungskanäle öffnen, dass halt eure Coins dann von A nach B da ankommen. Ihr könnt das natürlich hier auch mit anderen Wallets machen, mit dem Phoenix Wallet oder was weiß ich. Aber Wallet of Satoshi ist natürlich einmalig, einfach und einzigartig. Kommt natürlich dann auch mit den Kosten in Form von Not Your Keys, Not Your Coins und mit Gebühren von ungefähr 0,3%, wenn ihr harte Bitcoins einzahlen wollt, also On-Chain-Bitcoins und auch Transaktionsgebühren, die euch abziehen, einfach weil sie sich um die Channels kümmern, weil ihr halt einfach zu jedem hingehen könnt, damit bezahlen könnt, ohne dass ihr euch um irgendwas, welche Channels kümmern müsst. Dafür wollen wir natürlich auch Gebühren haben, die meiner Meinung nach sehr vertretbar sind. Also das ist auf jeden Fall sehr angenehm. 0,3%, das macht bei kleinen Zahlungen so gut wie gar nichts aus und bei größeren Zahlungen muss man sich es vielleicht zweimal überlegen, ob man nicht vielleicht doch eine andere Wallet nimmt, aber bei dem, was wir heute machen, soll das keine Rolle spielen. Wir nehmen Wallet of Satoshi. Und das Schöne von Wallet of Satoshi ist natürlich, dass ihr euch das ganz easy aus dem Play Store oder aus dem Apple App Store, in meinem Fall Play Store, runterladen könnt und ihr keine E-Mail oder sonstiges zur Anmeldung braucht. Das ist alles optional, ja. Ihr ladet euch das runter und das Ding läuft. Ihr braucht euch nicht anmelden. Keine Daten hinterlassen, gar nichts. Und wenn ihr dann das Handy verliert, sind die Coins weg. Aber deswegen könnt ihr optional eine E-Mail und ein Passwort angeben, mit der ihr euch registriert und dann eben auch auf mehreren Geräten, oder falls ihr euer Handy verliert, dann sind die Coins halt nicht weg, sondern ihr ladet euch die App wieder runter, gebt euer E-Mail und Passwort ein und fertig ist der Lachs. Ich denke mal, jeder von euch ist in der Lage, diese App runterzuladen. Einfach in Play Store gehen, Wallet of Satoshi eingeben und fertig. Und wenn ihr dann in der App seid, habt ihr da wahrscheinlich null Satoshis zu stehen. Ein Satoshi ist natürlich ein Hundertmillionstel von einem Bitcoin. Das heißt, jeder Bitcoin besteht aus 100 Millionen Satoshis. Das heißt, Satoshis sind eigentlich nichts anderes als Bitcoins. Das ist so wie Euro und Cent, nur halt mit ein paar mehr Nachkommastellen. Für die, die es vielleicht noch nicht wussten. Und wenn ihr da jetzt was einzahlen wollt, geht ihr ganz oben einfach auf Receive. Dann könnt ihr entweder über das Lightning-Netzwerk direkt, falls ihr vielleicht schon irgendwo eine Wallet habt, vielleicht habt ihr auch eine eigene Note, ist natürlich auch ganz cool, könnt ihr dann direkt über das Lightning-Netzwerk da Coins einzahlen. Ich persönlich will jetzt aber meine Bitcoins direkt von meiner Wallet dort einzahlen, weil ich jetzt nicht über eine Note gehen will oder irgendwelche Channels noch eröffnen will. Auch wenn das jetzt vielleicht nicht so schwer wäre, aber für euch trifft wahrscheinlich jetzt weiteres zu, dass ihr auch eure Bitcoins, die ihr auf irgendeiner Hardware-Wallet habt oder vielleicht auch einer Software-Wallet oder auf eine Exchange, was ich nicht empfehlen würde, dass ihr die dort einzahlen wollt. Deswegen geht ihr auf Onchain, habt dann den QR-Code und eine Adresse. Damit sollte jetzt jeder klarkommen und wissen, wie man jetzt auf diese Adresse Geld überweist. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass ihr an diese Adresse Bitcoins überwiesen habt. Dann habt ihr eine Meldung, dass so und so viele Satoshis auf dem Weg sind. Das heißt, dass sie eben im Mempool sind und noch nicht bestätigt worden sind, die Transaktionen, dass die halt noch von Minern gemeint werden müssen und in die Blockchain aufgenommen werden müssen. Das dauert so um die, je nachdem wie viel Gebühren, 20, 30 Minuten. Und ja, so lange blinkt das eben unten. Bei mir sind es jetzt 350.000 Sets, sind on its way. Und da wartet ihr ganz einfach, ich weiß nicht, wie viele Blöcke ihr warten müsst, bis hier Wallet of Satoshi das als bestätigt annimmt. Ich schätze einfach mal drei Blöcke, das heißt mindestens 30 Minuten warten, circa. Und ja, da müsst ihr dann einfach Geduld haben, bis das angekommen ist. Und ihr könnt natürlich jetzt erstmal jeden Betrag, den ihr wollt, darauf schieben. Also ihr könnt da 300.000 Satoshi, eine Million, was weiß ich, so viel wie ihr halt im Lightning Network bezahlen wollt. Das ist nicht nur BitRefill, ganz wichtig. Also ihr lädt jetzt nicht nur hier Gute haben für BitRefill oder so auf, sondern das ist das ganze Lightning Network. Das heißt, ihr könnt wirklich an jeden, wenn sich euer Kumpel jetzt auf Satoshi runterlädt oder eben auch eine Phoenix Wallet hat oder was weiß ich für eine Wallet, für eine Lightning Wallet, dann könnt ihr an den auch mit diesem, was ihr hier jetzt einzahlt, auch eben Satoshis oder Bitcoin überweisen. Das ist natürlich gar keine Frage. So, also die Satoshis sind jetzt überwiesen worden. Hat jetzt zwei Blöcke gedauert tatsächlich und das heißt nicht eine ganze Stunde gedauert. Ich habe jetzt noch ein bisschen Pause gemacht dazwischen. Auf jeden Fall sind die Satoshi jetzt drauf. Die sind im Lightning Network, das heißt, ihr könnt die jetzt im Lightning Network ausgeben zu vernachlässigbaren Gebühren und müsst halt nicht jedes Mal eine Bitcoin-Transaktion machen, die jedes Mal 5 bis 7 Euro aktuell kostet. Ja, dann wählen wir uns jetzt bei BitRefill irgendwas aus. Und zwar nehmen wir uns hier eine ganz einfache Amazon-Karte. Als ich hier das erste Mal raufgegangen bin, habe ich erst mal einen kleinen Schreck bekommen. Ich dachte, okay, muss ich jetzt für 200 Euro mindestens was kaufen hier. Aber nein, ihr drückt auf Custom und ihr könnt euch die Preise natürlich auch in Bitcoin als sowohl in Shitcoins wie zum Beispiel US-Dollar oder Euro anzeigen lassen und natürlich auch noch in einer anderen Kryptowährung, welche ebenfalls genauso wenig zu empfehlen sind wie die beiden hier oben. Ihr könnt euch das also Bitcoin oder Satoshis. Ich mache das eben mal in Satoshi wegen Lightning und so. Und Satoshi ist sowieso der neue heiße Scheiß, wie man Bitcoins jetzt am besten angibt. Und zwar, wir wollen einfach nur mal eine 10 Euro-Karte zum Testen haben. Da haben wir hier 28.814 Satoshis. Add to Cart. Hier habe ich noch eine von vorhin drin, die mache ich mir eben draus. Check out. Und ich habe das jetzt auch noch nie gemacht. Ich mache das gerade zum ersten Mal tatsächlich. Also ist jetzt auch nichts gestellt. Ihr gebt hier eure E-Mail-Adresse ein. Ich mache den Haken jetzt nicht rein. Ich will keinen Newsletter haben. Ihr könnt das natürlich machen, falls ihr Neuigkeiten wollt, falls es neue Karten gibt oder so, neue Anbieter. Dann ist das natürlich sinnvoll. Ich brauche das nicht. Akzeptiert ihr natürlich. Liest euch das natürlich durch und akzeptiert es. Und drückt auf Continue. Und dann könnt ihr hier auswählen, ja, Bitcoin oder Lightning oder, ja, nicht erwähnenswert. Wir machen in diesem Fall Lightning. Wie gesagt, ihr könnt es auch über eine normale Anschein-Transaktion machen. Das ist natürlich bei 10 Euro unnütz, wenn ich 5 bis 7 Euro Gebühren zahlen muss. Also Lightning. So. Und dann habt ihr hier ein Invoice. Da geht ihr jetzt... Da geht ihr jetzt ganz easy in euer Wallet of Satoshi rein. Drückt auf Send Scan ganz unten. Scannt das ein. Na. Na. Ja. Habt ihr hier... About 9 to 11 Euros. Steht dann da. Habt ihr den Invoice drinne. 28.973 Satoshis. Drückt auf Pay. Payment Send. Und genau im gleichen Moment. Genau im gleichen Moment. Das ist wirklich wunder... Also es ist wirklich fucking awesome. Ist diese Order completed. Das ist... Das ist so geil. Ihr müsst euch vorstellen, ja. Ich meine, ihr wisst das wahrscheinlich schon, wenn ihr diese Videos hier guckt. Aber trotzdem. Die ganzen Shitcoins, die diesen Use Case haben wollen. Ja, wir können das viel schneller machen und was weiß ich. Viel effizienter und keine Ahnung was, ja. Bitcoin kann das. Bitcoin kann das. Dezentralisiert, ja. Lightning kann das, ja. Dieses... Gut, äh... Natürlich ist es keine ganze Blockchain. Und ist jetzt nicht von jedem Teilnehmer verifiziert, diese Transaktion direkt. Aber, äh... Es funktioniert. Es funktioniert sicher, ja. Ihr könnt damit euren Kaffee bezahlen. Diese ganze FAT, die es gibt um Bitcoin, dass es ja so langsam ist und das ist höchstens, ja. Ich habe letztens schon wieder gehört, ist ja höchstens nur ein Wertspeicher, wenn überhaupt, ja. Weil es ist ja viel zu langsam und kann man nicht mit bezahlen und so. Bullshit. Es funktioniert. Lightning funktioniert. Ganz easy. Order completed. Ihr habt hier in Millisekunden euren Amazon Code. Ich drücke da jetzt nicht drauf, aber, äh... Ihr drückt da rauf und fertig ist der Lachs. Ich drücke da jetzt trotzdem mal drauf und gebe das nachher aus, damit ich weiß, ob das geht. Ja, es ist hier tatsächlich und ich werde den jetzt, ganz ehrlich, ich werde den jetzt live einlösen. Und zwar, mein Konto, Geschenkgutscheine, mein Amazon Konto, nee, das war Quatsch, Geschenkgutscheine einlösen, gebt ihr den Code ein, ihrem Konto gutschreiben, 10 Euro. Es ist unglaublich. Es ist absolut unglaublich. Also, wirklich, the future is there, ja. The future is fucking there. Alles ohne mich anzumelden irgendwo, irgendwie KYC Bullshit zu machen, ja. Wenn ihr einmal eure Bitcoins habt, dann habt ihr die und dann könnt ihr damit bezahlen. Schon heute. Fast überall. Ja, das ist fucking awesome. Und das wird hier durch Bitrefill ermöglicht. Ein wunderbarer Service, ja. Mir kommt das gerade in mir so hoch, so. Weil, es ist auch für mich das erste Mal, dass ich mit Lightning, Bitcoin irgendwas Echtes kaufe. Sonst habe ich immerhin, das war so eine Spielerei zwischen mir und ein paar Kumpels, dass wir uns hin und her so ein paar Satoshis geschickt haben. Für nichts, ja. Aber das ist unglaublich. Ja. Und wie gesagt, ohne Anmeldung, klar, mit E-Mail-Adresse. Aber sonst war es das, ja. Kein KYC, keine komischen Sachen, kein Niemand stellt dumme Fragen. Fertig ist der Lachs, ja. Und ihr könnt damit bezahlen. Das ist unglaublich. Und ich bin wirklich immens froh, ein Teil dieser Community zu sein. Ein kleiner Teil nur. Also, das ist jetzt mein erstes Video. Und ich hoffe, dass noch viele, viele weitere Menschen diese Möglichkeiten entdecken. Für uns ist das alles nicht besonders wichtig, sage ich mal. Für uns Deutsche und Europäer in Amerika, also in den USA und so. Da ist das alles noch, ja, das ist eine schöne Spielerei. Aber so richtig ein Use-Case hat das noch nicht so. Aber vier Milliarden Menschen haben keinen Zugriff auf ein richtiges Bankensystem. Und für die ist das eine Revolution. Ein sicheres Bankkonto, in Anführungszeichen, zu haben, ja, mit Bitcoin, mit Lightning-Bitcoin. Und damit sich Werte auszutauschen, ja, für einen absoluten Ei pro Transaktion. Das ist, das ist, das ist wunderbar. Das wird diese Länder hoffentlich auch sehr weit bringen, wenn ich an Entwicklungsländer denke. Wie in Westafrika oder in Indien, etc. Das wird, ja, ich mache es schon wieder viel zu lange. Also, es ist wunderbar. Ich hoffe, ihr konntet diesem Video folgen. Ich hätte selber nicht gedacht, dass es so einfach ist. Ich habe es halt das erste Mal jetzt gemacht und es war wirklich so einfach. Ja, dann war es das für mich. Tschüss. Tschüss.